Hallo meine Lieben. Klingt das nicht schön? Liebe. Liebe ein wunderbares Wort. Liebe machen. Auch das. Darum geht es doch sehr oft in meinem Container. Menschen beichten intime Dinge. Es geht häufig um Liebe, um Sexualität, auf fleischliche Sünden. Aber gerne. Also mit mir immer. Bin ja nicht von gestern. Aber meine Lieben, die Wortwahl spielt doch auch eine Rolle. Also was wir da manchmal zu hören kriegen, also Gott und ich ficken. Vögeln. Fotze. Ein Österreicher sagt auch gern Pimpern. Also ihr ahnt gar nicht, was für Worte wir da alles zu hören kriegen. Und ich meine, das muss irgendwie nicht sein. Du blöde Sau. Du Arschloch. Du Arsch. Du Fotze. Und so weiter und so fort. Also so spricht man doch nicht. Verstehen tue ich es auch. So ist das nicht. Und meine, klar, es gibt auch Typen, also auch bei uns. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber eben, Freunde, ich habe es nicht leicht. Ja? Also da, schon wenn da jetzt einer mal so ein richtiges Arschloch ist. Ja? Aber das muss man ja dann wirklich nicht so nennen. Da kannst du ja was anderes sagen. Also meinetwegen. Dummkopf, nicht? Oder so. Ja, wobei. Dummkopf trifft es natürlich nicht richtig. Gut, Schwein. Blödes Schwein. Ja, Gott meinetwegen auch du Sau. Ich meine, ja, letztlich ist es auch eine blöde Sau, ne? Also ihr wisst ja wohl, wie ich da meine, wie ich jetzt da gemeint habe, ne? Aber wie gesagt, ne? Reißt euch ein bisschen zusammen.